So, ich habe hier heute das Küchenmesser von Fiskars. Fiskars ist eine sehr gute Marke für Messer und Küchenutensilien. Und ich wollte Ihnen nur einmal zeigen, wie scharf das ist. Dafür habe ich hier das Messer einmal und einfach nur ein Blatt Papier. So, ohne irgendeine Anstrengung oder sonst irgendwas, das ist einfach nur das Messer da durchgleiten und fertig. Unnachahmbar. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.